Es gibt drei Interessenssignale, die eine Frau aussendet, wenn sie mit dir sprechen möchte. Welche drei das sind und wie offensichtlich sie eigentlich sind, das werden wir dir heute mitgeben in diesen Top 3 der wichtigsten Interessenssignale. Angefangen bei dem drittwichtigsten, weiter zum zweitwichtigsten und zuletzt werden wir aufhören mit dem allerwichtigsten Signal, das du auf gar keinen Fall verpassen solltest, dass sie nicht nur dich ganz hinreißend findet und mit dir reden will, sondern dich auch wirklich als potenziellen Partner spannend findet. Mit dabei unser Experte für Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein, Dominik van Aave. Mein Name ist Andy Friday, dein Coach, in die Frauen zu erobern und zu behalten, wie du wirklich willst. Herzlich willkommen im Freundin finden Podcast. Yes, nämlich in dieser Folge tauchen wir ganz tief ein in die offensichtlichen Signale und warum sie so offensichtlich sind und warum sie dir wahrscheinlich trotz ihrer Offensichtigkeit nicht auffallen und du immer wieder die Situation bereust, nachdem du eine Frau gesehen hast und du sie nicht angesprochen hast oder nicht mit dir gesprochen hast oder nicht den Schritt weiter gegangen bist. Das heißt, bleib auf jeden Fall dran, hör dir die Folge bis zum Ende an und lass uns direkt loslegen. Das drittwichtigste Signal ist ein super eindeutiges, aber darauf achtet niemand und darauf kommt auch niemand. Komischerweise redet darüber niemand im Internet alle Signale, die du so finden wirst. Von wegen, ja, zeigt sie ihre Füße in deine Richtung, ob sie Interesse daran hat. Merkst du daran, ob sie ihre Füße auf deine Füße gerichtet sind oder ob sie sich viel die Haare aus dem Gesicht spielt. All diese vermeintlichen Interessenssignale, aber die bringen dir ja herzlich wenig, wenn du dich gerade noch nicht mal traust, überhaupt mit ihr zu reden. Also wenn du sie zum Beispiel als Arbeitskollegin immer wieder siehst im Gang, wie sie vorbeiläuft oder mit anderen Arbeitskollegen redet und du findest sie schon seit Monaten super attraktiv und du willst unbedingt mit ihr reden und du weißt nicht, ob sie dieses Interesse auch für dich hebt. Dann hilft es ja nichts zu wissen, ob sie dann im Gespräch mit dir ihre Füße in deine Richtung zeigen würden oder sie dann die Haare aus dem Gesicht spielt. Das Wichtigere ist, wird sie denn, wenn ich mit ihr rede, auch Interesse daran haben, mit mir zu reden? Und die Frage, die können wir folgendermaßen klären, die ist nämlich viel interessanter. Die Frage, die allererste Frage also im Raum, sollte nicht sein, hat sie denn an mir Interesse? Hat sie daran Interesse, mit mir zu reden? Sondern ist sie denn heute grundsätzlich gesprächsfreudig? Hat sie denn heute überhaupt Lust, mit anderen zu reden? Denn die meisten von uns, du und ich, wir haben nicht eine Aversion gegenüber bestimmten Menschen, wenn wir aus dem Bett steigen und wir sagen morgens, oh jetzt ist 8 Uhr morgens, okay, heute wird ein geiler Tag, ich werde mich super gut unterhalten, aber nur mit Tim, Frank, Stefanie und meinem einen Kollegen und dem Bäcker, aber mit allen anderen werde ich nicht reden. Ich habe keine Lust auf die anderen Menschen, aber auf die habe ich besondere Lust. So steigen wir nicht aus dem Bett. Das ist total utopisch. Was wir tun, ist, wir sagen entweder, okay, heute wird ein guter Tag und wir sind gut gelaunt und dann sind wir gesprächig grundsätzlich oder wir steigen aus dem Bett und sagen, oh Mann, ich würde mich am liebsten wieder ins Bett schmeißen. Ich habe heute überhaupt keine Lust, mit irgendjemandem zu reden. Sei es dein bester Freund oder der Chef oder Kollegen, völlig egal. Dann sind wir einfach nur, wir wollen uns in Kokon einschließen. Und das ist doch viel realistischer. Das heißt, achte doch eher auf die Signale, ob sie grundsätzlich heute gesprächig ist. Ja, wie kannst du das machen? Naja, du kannst zunächst mal beobachten, wie weit engagiert sie sich im Gespräch mit anderen. Also versuche einmal zu schauen, ob jetzt diese Arbeitskollegin mit anderen Arbeitskollegen redet und inwieweit sie involviert ist in das Gespräch. Strahlt sie dabei? Ist sie aktiv beim Gespräch? Benutzt sie ihre Hände viel? Benutzt sie Körpersprache? Lacht sie? Lächelt sie viel? Oder ist sie eher stillhabende Partizipantin und verabschiedet sich auch sehr schnell? Lächelt sie überhaupt nicht heute? Das sind doch die ersten Signale, auf die wir achten können, ob sie grundsätzlich heute gesprächig ist. Und das ist richtig cool, denn wenn wir sehen, dass sie heute gesprächig ist, dann sind die Chancen, dass sie auch mit dir gesprächig sein wird, ziemlich hoch. Ziemlich hoch, weil, wie gesagt, haben wir keine Aversion gegenüber bestimmten Menschen. Wir haben nur eine Aversion gegenüber entweder allen Menschen an einem bestimmten Tag oder gar keinen Menschen. Und das kannst du dann für dich nutzen und dann das Gespräch mit dir natürlich spielend leicht beginnen. Wie du das machst, darüber können wir auch sprechen, haben wir auch schon in sehr vielen Folgen gemacht. Und darüber werden wir auch gleich in den weiteren Signalen noch zu sprechen kommen. Vor allem, wie angekündigt, in dem Top 1 der Interessenssignale. Da wird das ganz wichtig werden. Aber zunächst einmal wollen wir ein bisschen nochmal diese Realität mehr aufrollen. Wir sind gesprächige Menschen. Du und ich und jeder hier, wir sind eigentlich gesprächige Menschen. Wir sind eigentlich nicht dafür gemacht, alleine auf einem Berg als Einsiedler zu leben. Und das hat evolutionäre Gründe. Es ist nämlich nicht, wie viele lange gedacht haben, dass der Stärkste sich durchsetzt oder derjenige, der sich am besten anpassen kann. Sondern viele Forschungen deuten mittlerweile ganz eindeutig darauf hin, dass es die Sozialen, die Freundlichen unter einer bestimmten Gruppe sind, die ihre Nachfahren dann auch in die nächste Generation weiterbringen können. Denn das ist, wovon wir alle, überleg das einmal, ja Dominik, überleg das einmal, wie, wenn du eine Gruppe an 50 Menschen oder Primaten hast, welche von denen wird sich wohl am ehesten durchsetzen? Welche Gruppe grundsätzlich unter vielen Gruppen wird wohl ihr Wissen in die nächste Generation überbringen, sodass dann die nächste Generation von diesen Errungenschaften, wie, dass sie Feuer entdeckt haben, das Rad entdeckt haben, Wirtschaft, Agrarwissenschaften, all diese Fertigkeiten, die musst du ja von jemandem anderen gelernt haben und es weitergebracht bekommen haben. Und wenn jeder nur auf seinen eigenen Vorteil aus ist, dann wird sich dieses Wissen nicht so verbreiten, wie in einer Kultur, in einer Gruppe, in der die Menschen grundsätzlich oder die Primaten grundsätzlich viel Wissen verbreiten wollen, weil sie freundlich sind, weil sie wollen, dass wir alle gemeinsam wachsen und Fortschritt erleben. Und diese Gruppen, die haben dann auch Fortschritt erlebt, die haben überlebt, die haben dann bessere Kleidung entwickelt, bessere Waffen, cleverere Fallen und so weiter und so fort, Methoden, wie sie Essen lagern können und so weiter. Dieses Wissen hat überlebt, weil sie freundlich waren, weil sie das Wissen teilen wollten. Und das ist eine ziemlich andere Perspektive gegenüber dieser ganzen Alpha-Mentalität, die wir hier so in beschissenen Internetlandschaft überall sehen, dass du dich unbedingt positionieren musst als der krasseste, extrovertierteste und Schultern rausstreckt und Leute anrempelt und nicht für seine Mitmenschen da ist und gütlich ist und freundlich ist. Und dabei ist das einfach nicht die langfristig erfolgreichste Strategie, zu sagen, dass du auf deinen Vorteil bedacht sein musst. Natürlich sollten wir uns auch nicht verbiegen für andere und komplett jedem alles recht machen, aber das ist das andere Extrem. Wir bewegen uns hier immer wieder viel zu sehr zwischen den Extremen. Aber Dominik, du hast ebenfalls diesen Gedanken, ein neues Trend der Studien erkannt. Ja, also da gibt es ja ganz viele, immer mehr, wie du schon sagst, immer mehr Erfahrungen darüber, immer mehr Studien darüber, dass halt entsprechend der, wie du schon sagst, nicht Survival of the Fit ist, nicht der Stärkste überlebt. Und selbst Darwin hat das ja damals nur so als Idee in den Raum gestellt und selber in, wie hieß dein Buch? Weiß ich gar nicht. Selber da in dem Buch später ja auch nochmal in einen anderen Kontext gesetzt. Und also Survival of the Fittest funktioniert im Englischen auch besser, so die Aussage. Das bedeutet das Überleben des am besten Angepassten auf seine Umgebung und halt nicht des Stärksten generell. Und diese, ich glaube, man nennt es auch im Griechischen die Botokratie, die Herrschaft des Stärksten, ist halt nicht das, wie Menschen funktionieren. Weil, wie du, all die Beispiele, die du auch gerade schon genannt hast, wenn ich möchte, dass ich besser, dass es mir besser geht, dann muss ich dafür sorgen, dass die Menschen, dass es den Menschen um mich herum auch gut geht. Weil nur dann können wir, kann ich von denen lernen und die können von mir lernen und gemeinsam können wir etwas erschaffen. Gemeinsam können wir unseren Stamm von mir aus dann auch die Menschheit auf ein nächstes Level bringen. Alleine kann ich das nicht machen. Das ist ja auch genau dann dieser Gedanke, den viele auch haben, so wenn es um Coaching geht zum Beispiel. Ja, ich muss das alles alleine schaffen. Niemand gewinnt alleine. Du kannst gar nicht Dinge alleine schaffen. Das ist halt nicht möglich. Selbst wenn es darum geht, irgendwie von mir aus, du musst es ganz alleine schaffen, erfolgreich mit Frauen zu werden. Okay. Du musst auf jeden Fall irgendwo schlafen. Wer hat dein Bett gebaut? Wer hat dein Haus gebaut? Wer hat das Essen hergestellt, das du nutzt, um genug Energie zu haben? Und so weiter. Wer hat die Kleidung hergestellt? Und so weiter. Das gehört alles dazu. Wenn du das alleine schaffen wollen würdest, dann müsstest du auch komplett von vorne anfangen. Dann find mal irgendwo ein Stück Land, welches du irgendwie dir erstehlen kannst oder erkriegen kannst, um darauf deinen eigenen Staat zu platzieren und so weiter. Und das macht ja alles überhaupt keinen Sinn, was ich hier erzähle. Du merkst es schon. Das ist alles völlig absurd, weil dieser Gedanke, ich muss es alleine schaffen, völlig absurd ist. Die Menschheit ist so weit gekommen, weil sie kooperiert hat. Und das sind auch all die immer mehr Studien, die das belegen, dass Evolution nicht ein Gegeneinander ist, sondern ein Miteinander. Selbst verschiedene Spezies kooperieren miteinander. Sei es einfach auf der einfachsten Ebene Symbiose, aber auch entsprechend, dass gewisse Affen einen gewissen Schrei aussenden und damit den ganzen Wald vor, den ganzen Dschungel vor, gerade dem Jaguar warnen, der gerade in diese Region reinkommt und so weiter. Wir sind gemacht, als Wesen, als Lebewesen zu kooperieren. Und all diese Gedanken davon, dass wir das alleine schaffen müssen, dass wir, keine Ahnung, andere verdrängen müssen, ist vollkommen absurd, vollkommen absurd. Aber kommen wir nochmal zu dem ursprünglichen Gedanken zurück. Ob sie heute überhaupt gesprächig ist? Weil so geht es dir ja auch. Du stehst ja auch morgens auf und bist dann von mir aus mal mit dem falschen Fuß aufgestanden und denkst dir, boah, lass mich heute alle in Ruhe und so weiter. Ha, 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 ha. Ich boah erst meinen Kaffee oder meine sieben Kaffee, bevor ich gesprächig bin und so weiter. So geht es dir ja auch. Und manchmal hast du einfach Tage, wo du denkst, ich bin heute nicht in der geistigen Verfassung, um ganz viel aufgeladen zu bekommen. So, deswegen halte ich meine Gespräche auf ein Minimum. Und so wird es dir halt auch gehen. Das heißt natürlich nicht, dass du nicht auch einfach trotzdem mal hier und da selber Gespräche anfängst, um zu schauen, ob sie gesprächig ist. Aber das bedeutet, dass du erstmal ihre Reaktion zum Beispiel, wenn du mal mit einer Frau ins Gespräch kommst, während ihr gerade in der Supermarktkassenschlange steht und so und sie ist plötzlich dann nicht so gesprächig, dann vielleicht, weil sie heute generell nicht so gesprächig ist und du musst das gar nicht auf dich als Grund beziehen. Als Wertung. Dass sie jetzt nicht, ja genau, als Wertung, dass sie jetzt irgendwie gar nicht mit dir reden möchte, aber würde der andere Typ kommen, den du so im Kopf hast, mit dem du dich unterbewusst oder auch ganz bewusst vergleichst, wenn der jetzt da stehen würde, ja, dann würde sie auf jeden Fall mit dem sprechen. Nee, das weißt du halt nicht. So, nimm halt das an, was gerade da ist und sie ist vielleicht gerade nicht so gesprächig oder sie ist vielleicht sogar, würde halt vielleicht sogar gerne mit dir sprechen, aber du benutzt halt direkt ihre, ihre, von mir aus einsilbige Antwort als Hinweis darauf, dass du nicht weiter mit dir sprechen solltest. Davon, also davon reden wir jetzt in erster Linie nicht. Also du kannst natürlich diese Gespräche auch weiterführen, aber es ist doch geil zu wissen, wenn deine Arbeitskollegin, auf die du sowieso schon Auge geworfen hast und du merkst so, sie ist heute in einer richtig guten Stimmung. Heute ist so der Tag, wo ich es mal wagen kann, mal ein längeres Gespräch mit ihr zu führen, weil als ich sie gestern da so rumgelaufen sehen habe, da hat sie so auch den Blickkontakt vermieden. Wahrscheinlich ging es ihr gestern nicht so gut. Vielleicht hatte sie Kopfschmerzen, vielleicht hatte sie, keine Ahnung, ganz viel Stress. Aber heute ist anscheinend ein guter Tag. Heute gehe ich da mal hin. Ja, und diese Sorge, die du hast, wenn du denkst, dass sie keine Lust darauf hat, mit dir zu sprechen, die sorgt dann eben auch dafür, dass du auf keine Ideen kommst, wenn du im Gespräch mit ihr wärst. Also die Lösung, die du dir vielleicht erhoffst in diesen Signalen, in dieser Podcast-Folge, dass sie dir das Selbstbewusstsein geben, sofern du diese Signale alle abhaken könntest, auf einer Checkliste. Okay, dieses Interessenssignal, dieses Interessenssignal, dieses Interessenssignal, alles klar, dann hat sie wohl Interesse an mir. Und die Hoffnung, dass du dann selbstbewusst im Gespräch wärst, die wird sich, selbst wenn du diese Signale hättest, sehr schnell verflüchtigen, wenn du im Gespräch auf einmal, wenn da Zweifel aufkommen, weil sie mit den Augen hin und her wandert, weil sie sagt, ja, ich muss jetzt weiter, ich habe gleich noch einen Termin oder wie auch immer, dann geht dieses ganze Selbstbewusstsein wieder flöten, wenn es aufgebaut ist auf diesen oberflächlichen Anhaltspunkten. Ein viel, viel stärkeres Signal ist gar nicht das Signal, was du im Außen wahrnehmen kannst, sondern es ist das Verständnis für Frauen. Es ist das Verständnis für Menschen allgemein und das Verständnis, dass sie genauso wie du vielleicht einfach nur einem peinlichen Moment aus dem Weg gehen möchte. Und dass selbst wenn sie dich mag oder selbst wenn sie total verliebt in dich wäre, dass sie dann an einem schlechten Tag kein Wort über die Lippen bringen würde und dass ihr das dann peinlich ist und deswegen dann das Gespräch verlässt, ist genauso realistisch. Es gibt für alle diese Szenarien, Wahrscheinlichkeiten, welche davon wollen wir annehmen? Am besten nehmen wir die an, die uns dienlich ist, die unserem Selbstbewusstsein hilft. Und das tun wir, indem wir nicht unrealistisch, selbstgeißelnd oder unrealistisch uns selber über alle Maßen auf den Podest heben und sagen, ich bin der Allergeilste. Nein, das tun wir, indem wir realistisch sagen, hey, jeder von uns hat mal einen schlechten Tag, das heißt nicht, dass sie mich nicht mag, das hat mit mir einfach nichts zu tun, jeder hat doch mal einen guten Tag, das heißt auch nicht, dass sie mich lieben, aber was es heißt, ist, dass sie dann grundsätzlich lieber mit mir sprechen wollen. Und wenn sie grundsätzlich lieber mit mir an einem guten Tag sprechen wollen, dann ist das natürlich das Fenster, das wir nutzen können, um mit ihnen zu sprechen, damit du im Gespräch dann herausfinden kannst, ob ihr Gemeinsamkeiten habt, ob ihr euch mögt, ob du auch wirklich Interesse an ihr hast oder ob da nicht irgendwelche dunklen Seiten sind, an denen du kein Interesse hast und ihr dieselbe Möglichkeit gibst, dass sie dich kennenlernen kann, herausfinden kann, was deine Werte sind, was deine Lebensplanung ist, was deine Lebensumstände sind und zwischen all diesem Kennenlernen natürlich zu flirten, Anziehung aufzubauen und dieses Spiel, diesen Tanz aus Emotionen auch zu genießen. Und die Chancen, dass ihr das an einem guten Tag machen könnt, sind einfach enorm höher, also achte als allererstes darauf. Und damit kommen wir auch schon auf das zweitwichtigste Signal. Und das zweitwichtigste Signal... Bevor wir dazu kommen, lass mich gerade noch einen weiteren Satz dranhängen, weil das, worüber wir jetzt hier im ersten Signal gesprochen haben, ist prinzipiell das Prinzip, was du vielleicht auch schon aus mehreren Episoden kennst, von du hast nur 50 Prozent Kontrolle über das Gespräch. Das ist etwas, was einfach so viele Informationsquellen, so viele Videos im Internet dir verschweigen. Du konsumierst diese Videos oder liest Bücher oder was auch immer und es wird dann davon geredet, du musst das so und so machen, damit du ihre Stimmung änderst oder was auch immer, damit du in den nächsten Schritt reinkommst und so weiter. Oder in den nächsten Schritt, sehr gut, reinkommst und so weiter. Aber was oftmals damit unter den Tisch gekehrt wird oder in den Teppich gekehrt wird, ist in einer Situation, in der zwei Menschen miteinander sprechen, in einer Situation, in der zwei Menschen miteinander involviert sind, haben beide nur 50 Prozent Kontrolle über diese Situation. Und wir verwechseln das sehr oft mit den 100 Prozent Verantwortung über unsere 50 Prozent Kontrolle. Also 50 Prozent Kontrolle hast du, aber du hast 100 Prozent Verantwortung über deine 50 Prozent. Und das bedeutet, dass du, also viele verwechseln das und glauben, sie hätten jetzt 100 Prozent Kontrolle, weil sie jetzt diese Frau sehen, jetzt müssen sie da hingehen und jetzt müssen sie ihre Stimmung ändern und wenn sie halt nicht irgendwie gerade in einer guten Stimmung ist, dann muss ich das so und so handhaben und so weiter. Und alles, was über diese 50 Prozent Kontrolle hinausgeht, sei es 51 Prozent oder 100 Prozent Kontrolle, die du haben möchtest, ab da beginnt der Spielraum für Manipulation. Und ab da beginnt auch der Spielraum für Frustration. Weil du letzten Endes merkst, also du willst ja nicht manipulieren. So du bist, wenn du diesen Podcast hörst und jetzt auch schon länger hörst und wenn du uns verfolgst, schon seit einer längeren Zeit, dann gehe ich mal ganz stark davon aus, dass du ein herzensguter Typ bist. Und du möchtest nicht irgendwie jemanden übervorteilen. Du möchtest nicht, dass es auf die Kosten des anderen dir besser geht, sondern du möchtest, dass es ihr besser geht und dir gut geht. Genau. Eine Win-Win-Situation erschaffen. Und wenn du 50 Prozent Kontrolle mit 100 Prozent Verantwortung verwechselst und glaubst, dass du an irgendetwas drehen musst, irgendwelche geheimen Stellschrauben drehen müsstest, damit sie jetzt plötzlich von, ich habe kein Interesse auf, bitte, bitte heirate mich sofort, switcht, dann ist das halt der Raum für Manipulation und das möchtest du nicht machen und selbst wenn du es machen würdest, dann würdest du herausfinden, dass du da ganz schnell gegen irgendwelche Wände stößt und dann denkst du, ah, ich muss das alles machen, ich muss ein krasserer Typ sein und dann stellst du fest, die Frau spielt nicht mit und das ist Frustration. Du bist dann enttäuscht von dir. Oder von der Frau. Also das öffnet einfach Tür und Tor für die Erwartungshaltung eben das jegliche Liebe und Kennenlernen und wie Paare sich überhaupt finden, dass das alles abhängig ist von diesem, alles was über 50 Prozent ist. Also, dass ich den anderen dazu bringe, Interesse an mir zu haben. Und dann kommen wir auf auf ganz ungesunde Ideen. Dann kommen wir auf ganz toxische Ideen, die zum Beispiel die Erwartungshaltung haben, dass wenn ich diese ganzen Erwartungen nicht treffe, dass ich sie nicht durch all meinen hohen Status und Geld und mein protziges Auftreten und so weiter, wenn ich sie damit nicht überzeugen kann, dann heißt das, dass ich weniger wert bin und das bedeutet, nur Menschen, die hohen Wert haben, verhalten sich so. Das ist kompletter Quatsch. Das heißt, nur Menschen, die mehr wert sind, sind laut, sind krass, haben hier teure Uhr, alphamäßig unterwegs und die ganzen Frauen, die viel wert sind, haben gemachte Lippen und gemachte Brüste und sind alle so auf Yachten unterwegs. Was ist das für eine Weltvorstellung? An der sind wir doch überhaupt nicht interessiert. Aber das ist die Weltvorstellung, die du die ganze Zeit im Internet findest, wenn du dich auch nur ein bisschen peripher mit Erfolg bei Frauen auseinandergesetzt hast, dann bekommst du solche Videos und solche Inhalte vorgeschlagen. Also eine sehr ungesunde Weltvorstellung, die nicht funktioniert. Vor allem nicht für 99% der Menschen, die einfach kein Interesse daran haben, immer besser, krasser, toller, mehr, mehr, mehr und kurzfristige Begegnungen und One-Night-Stands und One-Night-Stands und One-Night-Stands. Daran haben 99% kein Interesse. Wir wollen Liebe erfahren und dieser Spruch, sei einfach du selbst, der ist wahr, aber der ist natürlich schwer zu greifen, weil wir nicht wissen, wie soll ich denn ich selber sein, wenn ich jetzt schon seit Jahren vorgegaukelt bekommen habe, dass so wie ich bin, nicht gut genug ist und ich muss all diese Extra-Facetten an mir herbeizaubern und wenn sie nicht da sind, muss ich mich schlecht fühlen, dass ich sie nicht habe. Dann kann ich ja gar nicht ich selbst sein. Ich weiß ja nicht mal mehr, wie ich mich zeigen würde, wenn ich ich selbst bin. Und das ist sehr, sehr traurig, wenn du dann auch denkst, dass die Frau jetzt irgendwie dich versucht zu manipulieren und dich versucht von sich zu überzeugen mit irgendwelchen unlauteren Methoden. Das denken nur Menschen, die selber so ticken. Und die Menschen, die nicht so ticken, die dem begegnen, auch solche manipulativen Menschen, einfach grundsätzlich so gut wie nie. Wenn du deine eine Erfahrung gemacht haben solltest, was ab und zu ja manche Teilnehmer von unseren Coachings gemacht haben, deine eine Erfahrung mit einer Partnerin, die emotional ungesund war, in welche Richtung auch immer, bipolare Störungen oder was auch immer. Okay, das kann passieren. Es kann aber auch passieren, dass es nochmal einen ganz anderen Hintergrund hat. Vor allem, wenn daraus ein Pattern wird, also ein Muster, weil du immer wieder solche Frauen angezogen hast. Und dann arbeiten wir aber wirklich an einer ganz anderen Stellschraube. Da müssen wir an Selbstwert arbeiten. Und dafür haben wir einige Podcast-Folgen auch schon aufgenommen. Also schau dir einfach mal hier in der Liste der Podcast-Titel die Titel an, die damit zu tun haben, weil da müssen wir echt ganz, ganz tief reingraben, wieso du überhaupt daran glaubst, dass du nicht gut genug bist oder dass du glaubst, du müsstest sie retten und der Samariter spielen, wenn du eigentlich gerade selber es gar nicht mal so gut hast und du selber vielleicht erst mal wieder auf den grünen Zweig kommen solltest. So, aber das ist nochmal eine ganz andere periphere Angelegenheit. das nächste Signal, das zweitwichtigste Signal, das erfährst du nur, wenn du schon im Gespräch mit ihr bist. So. Ich dachte schon, du sagst es so, nach der Werbung. Könnten wir machen. Auf YouTube gibt es ja ein paar kleine Werbeunterbrechungen, aber auf den Zuhörern, die auf Spotify zuhören oder Apple Podcasts, die haben, soweit ich weiß, sollten die überhaupt keine Werbung haben. So, von daher, vielleicht bist du ja nur YouTube Zuschauer bisher und möchtest den Podcast auch unterwegs genießen, dann mach das gerne. Geh auf andyfriday.de slash podcast und dann findest du auch alle anderen Plattformen, auf denen der Freundin für den Podcast zu hören ist. Hinterlass uns auch gerne eine Bewertung auf deiner Spotify Plattform und dann freuen wir uns und bedanken uns mit unserem ganzen Herzen bei dir. So, das zweite Signal, das zweitwichtigste Signal, das erfährst du nur, wenn du schon im Gespräch bist und das ist auch die Richtung, in die wir dich langsam bringen wollen, dass du gar nicht erst versuchst, Signale im Vorhinein heraus zu filtern, ob es quasi es wert ist, mit ihr zu sprechen, also ob sie dich heute vielleicht ablehnen würde oder nicht oder ob sie dich mag oder nicht, weil das kannst du tendenziell auch von außen gar nicht wirklich abschätzen. Im Gespräch kannst du das viel besser abschätzen und ein viel besseres Gefühl dafür entwickeln, ob jemand Sympathie zu dir hat oder nicht. Ich habe unzählige Situationen erlebt, unzählige, unzählige, in denen ich von Weitem gedacht habe, okay, ich sehe überhaupt kein Interessenssignal von dieser Frau, im besten Fall sogar mag sie mich überhaupt nicht, aber ich habe trotzdem einfach mal es gewagt, bin hingegangen, habe das Gespräch begonnen und zack, ihre Augen haben aufgeleuchtet und gelächelt und ja, ja, hallo, okay und sage ich, ja, du hast gerade irgendwie, irgendwas hat an deinem Gang mich dazu gebracht, dir hallo zu sagen, wer bist du denn? Ach wirklich, er war im Gang, okay, aber was denn? und Interesse war dann da, Interesse war dann im Gespräch da, darum, Männer, ist es einfach wichtig, dass du den Mut entwickelst und diese Fähigkeit lernst, jemanden auch anzusprechen, den du vorher nicht kanntest, am Arbeitsplatz sowieso, natürlich, beim Einkaufen, Situation in der Kasse, am Gemüteregal, auf jeden Fall, aber auch einfach nur, wenn du jemanden siehst, der da gerade an dir vorbeiläuft, spazieren geht und du sitzt gerade im Café oder sie sitzt im Café oder du machst gerade Sport, du bist gerade beim Fahrradfahren oder beim Bergsteigen und da ist eben nun mal eine Frau, die du noch nie zuvor gesehen hast und du würdest gerne das Gespräch mit ihr beginnen, dann bringt es alles Hoffen nach Signalen und Suchen nach Signalen der Welt nichts, wenn das Zeitfenster einfach so kurz ist, dass sie innerhalb von zehn Sekunden dann wieder weg ist und dann sagst du dir, ah Mist, ja gut, jetzt ist es auch schon zu spät, hätte ich mal lieber. Genau, und die Männer, die bei uns im Coaching sind, die sagen sich dann eben nicht, hätte ich mal lieber, die lernen nämlich, wie das geht und die können dann das Gespräch auch beginnen und die nutzen dann auch ihre Chancen einfach aus und daraus wird nicht jedes Mal eine Beziehung, nö, daraus muss auch nicht jedes Mal eine Beziehung werden, aber sie leben einfach in viel mehr Leichtigkeit und in viel mehr Selbstverständlichkeit, dass die Welt ein freundlicher Ort ist, dass Frauen gar nicht so auf Abstand gehen, wie du es bisher vielleicht die Erfahrung gemacht hast oder lediglich vermutet hast, sondern diese Männer machen die Erfahrung, oh, Frauen reden anscheinend schon ziemlich gerne mit mir und sie lachen auch, sie zeigen auch Interesse und einige von ihnen sind Single und mit denen kann ich mich auch verabreden und aus diesen Verabredungen wird ab und zu ein richtig, richtig tolles, romantisches, tiefgründiges Date und aus diesen richtig tollen, romantischen, tiefgründigen Dates wird dann eben auch die Beziehung und das passiert jeden Tag bei uns im Coaching, jeden Tag lernt irgendeiner unserer Teilnehmer eine neue Frau kennen und geht in ihr in eine wunderschöne, tiefgründige Richtung im Gespräch und auch im Laufe ihrer Beziehung und daraus wird dann eben etwas Ernstes und so soll es auch sein, mein Lieber, die Richtige zu finden ist tausendmal einfacher, wenn du dich nicht beschränkst auf nur Online-Dating oder nur Frauen im Bekanntenkreis kennenzulernen und nur Frauen auf der Arbeit kennenzulernen, sondern du sagst, hey, ich muss einfach nur das Haus verlassen und ich habe schon Chancen. So, das ist die Fertigkeit, die wir euch beibringen wollen und wenn du die lernen möchtest, dann brauchst du dafür natürlich einen Leitfaden, der sich Stück für Stück aufeinander aufbaut, bei dem du Stück für Stück selbstbewusster und mutiger wirst und diese Unabhängigkeit auch entwickelst, sodass das Kennenlernen von Frauen in deinem Alltag sich auch gut und leicht und leichtherzig anfühlt und den bekommst du kostenlos auf www.flirtanalyse.de Dort bekommst du diesen Leitfaden in dieser kostenlosen Flirttyp und Charisma-Analyse, wo wir uns ganz genau deinen Flirttyp anschauen und dein Charisma-Potenzial mitgeben, wo wir ganz genau designen können, wo Sachen schiefgegangen sind in der Vergangenheit und wo dein Potenzial ist, wie du Sachen für dich gut nutzen kannst, damit du dieses unentdeckte Charisma in dir auch bei den Frauen aktivieren kannst, die du richtig, richtig toll findest. und das ist das Signal, auf das ich jetzt gerade zu sprechen kommen wollte, nämlich, es ist, dass sie im Gespräch mit dir nach den Dingen Ausschau hält, die ihr gemeinsam habt. Wie kann denn eine Frau im Gespräch mit dir nach Gemeinsamkeiten Ausschau halten? Was könnte sie da zum Beispiel machen? Sie könnte Fragen stellen. Sie könnte aber auch, wenn du Dinge erzählst, Verbindungen herstellen und sagen, oh, ach, du warst schon im Zillertal Skifahren. Ah, da war ich auch schon. Ja, das war richtig schön dort. Okay, ja, und gehst du Skifahren oder Snowboarden? Skifahren. Ach, Skifahren, ja, das mache ich auch. Sie sucht nach Gemeinsamkeiten. Dann ist das ein ziemlich cooles Signal dafür, dass sie gerne auch Gemeinsamkeiten mit dir hätte. Denn wir suchen immer nach dem, was wir haben wollen und wir finden deswegen auch tendenziell eher das, was wir haben wollen, weil wir danach Ausschau halten, passiv oder aktiv. Und wenn du nach Signalenausschau hältst, dass sie dich nicht mögen könnte, dann wirst du diese auch finden. Wenn du auf der Suche bist nach Beweisen dafür, dass sie kein Interesse an einem Gespräch mit dir hat, dann findest du sie auch. Obwohl sie vielleicht Interesse an dir hat. Aber wenn du nach Beweisen suchst und nach Gemeinsamkeiten suchst, dass sie dich mag, dann wirst du sie auch finden. Du findest immer das, wonach du suchst. Aktiv. Und das zeigt eben auch, wenn wir das Ganze rückwärts aufrollen, wonach du auch gesucht hast. Das heißt, wenn sie nach Gemeinsamkeiten mit dir sucht, dann mag sie dich, weil sie nach einem Leben potenziell mit dir sucht. Also darfst du dich freuen, wenn sie das macht, dann flirte mit ihr, bring sie zum Lachen, finde noch mehr Gemeinsamkeiten heraus, finde vor allem auch heraus, ob diese Gemeinsamkeiten nur an der Oberfläche existieren oder wirklich auch in der Tiefe Hand und Fuß haben. Also Filter dort auch ruhig mal wirklich in die Tiefe gehend, ob sie wirklich so ein sportbegeisterter Mensch ist oder wie sie in ihren vorherigen Beziehungen diese Beziehung beendet hat, ob das im guten Auseinander ging oder im schlechten Auseinander ging, was für eine Beziehung sie zu ihren Freundinnen hat, was war der größte Krachpunkt in ihrer letzten Freundschaft oder in einer ihrer Freundschaften, wie geht es mit Konflikten um, all diese Dinge, das sind Dinge, die lernst du bei uns in der Seduction Mastery. Aber das können Dinge, das können Dinge sein, die du sonst erst nach Monaten oder Jahren einer Beziehung feststellst und das muss nicht sein, das kannst du schon im ersten Gespräch feststellen, wenn du merkst, hey, da sind Gemeinsamkeiten, cool, wie tief geht denn diese Gemeinsamkeit oder diese gemeinsame Lebensplanung, was haben wir da gemeinsam in unserer Lebensplanung, dass sie zum Beispiel gerne Kinder hat und du auch oder dass sie keine Kinder haben möchte und du auch nicht, wie detailliert ist diese Vorstellung von ihr und die wichtigste Frage, darüber haben wir ebenfalls in der Folge, ich glaube 87, müsst ihr mal genau nachschauen in unserer Podcast-Folgen, den Leitfaden gegeben in die Tiefe, den kannst du dir ebenfalls anschauen. Dominik, haben wir noch was hinzuzufügen zu der Suche nach Gemeinsamkeiten, dem zweiten, zweitwichtigsten Signal? Ja, also wir suchen ja nach Gemeinsamkeiten, damit wir, damit wir die Person, also uns bei der Person sicher fühlen können. Wenn wir jemanden kennenlernen und wir, keine Ahnung, wir erzählen über den letzten Urlaub von mir, du hast jetzt das Beispiel mit dem Skifahren gemacht und wir wissen oder wir finden heraus, dass die andere Person gerne Ski fährt und wir jetzt zum Beispiel sind noch nie Ski gefahren, dann könnte halt eine Sache sein, dass wir darauf eingehen, sagen, Ski fahren, das wollte ich auch schon immer mal machen, wir wollen eine Gemeinsamkeit herstellen, weil wenn wir herausfinden, dass die andere Person ist, so wie wir oder wenn wir der Person zeigen können, wir sind so wie du, dann sagen wir damit, ich bin wie du, du bist wie ich und ich mag mich, das heißt, ich mag dich. Wir suchen nach Gemeinsamkeiten, das machen wir alle ganz automatisch in Gesprächen, wenn wir jemanden kennenlernen, wenn du ins Taxi steigst und ein kurzes Gespräch, kurz ein Smalltalk mit deinem Taxifahrer führst, an der Supermarktkasse, was auch immer, obwohl im deutschsprachigen Raum macht man das nicht so häufig, du wirst überrascht sein, wenn du das mal tun würdest, ein kurzes Gespräch mit der Person an der Kasse zu führen. Na, wie geht's, wie ist dein Tag? Kurzer Smalltalk, du wirst überrascht sein, wie viel mehr du Menschen, ein Lächeln bei Menschen ins Gesicht zauberst, allein dadurch, durch diese kleine Sache. Aber ja, wir versuchen, Gemeinsamkeiten herauszufinden, damit wir uns entspannen können bei der Person, damit wir der Person zeigen, du kannst dich bei mir entspannen. Und, weil niemand geht halt auch raus und versucht halt so, oppositionell zu sein, direkt einfach immer so das Gegenteil zu sagen, was jemand anderes sagt. Das heißt natürlich aber nicht, dass du nicht, wenn du irgendwie jetzt die Person sagt, ich finde Skifahren mega toll und du hast es mal ausprobiert und hast kein Interesse am Skifahren, dass du dann sagst so, nee, Skifahren ist mega doof, du bist doof. So, das ist es halt auch nicht. Wir wollen generell, dass die andere Person uns mag und wir wollen die andere Person mögen. Das heißt, was wir ganz automatisch sagen würden, ist, oh, ich habe Skifahren mal ausprobiert. Da ist die Gemeinsamkeit. Also das heißt, wenn das Signal Nummer zwei ist, dass du nach Gemeinsamkeiten Ausschau haltest, dann ist jetzt nicht die Gemeinsamkeit, ihr wart bei dir Skifahren, sondern stellt sie vielleicht eine Frage dazu, zum Skifahren. Oder sagt sie, habe ich mal gemacht, finde ich nicht so toll. Dann ist da die Gemeinsamkeit, ihr habt das schon mal gemacht und dann kannst du neugierig sein. Okay, warum findest du das nicht so toll? Mir macht das und das hier Spaß beim Skifahren. Ich bin selber noch nicht Skifahren. Da muss ich jetzt mir Sachen aus dem Hut zaubern. Ich mag, dass überall Schnee liegt und den Hang herabrutschen, finde ich ganz toll. Und dann sagt sie, ja, Schnee finde ich doof und Hang herabrutschen, das macht mir Angst. Aber ich fand ganz toll, da auf der Hütte zu sein und nicht zu frieren, obwohl also die Sonne scheint, obwohl es alles kalt ist und das fand ich ganz toll. Und dann habt ihr da die Gemeinsamkeit oder so. Und die, das heißt, geh nicht genau auf das Detail ein, was du vielleicht magst, wo du möchtest, dass sie dich da auch mag, sondern was ist das, also finde, wie Andi gerade schon gesagt hat, finde das das überliegende Ding, wo ihr beide Gemeinsamkeit habt und nimm das als Beweis dafür, dass sie dich mag. Such nicht nach Dingen, die gegeneinander sind, die Beweise dafür sein könnten, dass sie dich nicht mag. Such nach Beweisen dafür, dass sie dich mag und du wirst welche finden. Einhundertprozentig. Genau, genau, genau. Und an der Stelle auch einfach Public Disclaimer, wenn du welche gefunden hast, wenn du denkst, dass sie eine tolle Frau ist und eigentlich wäre es toll, sie wiederzusehen oder vielleicht denkst du noch nicht mal so weit, dass es vielleicht toll wäre, sie wiederzusehen. Du denkst einfach nur, dass das Gespräch echt schön ist gerade. Dann habt die Weisheit oder die Menge an Erfahrung, die du nur durch Erfahrungen sammeln auch bekommst, dass du auch mit ihr Kontaktdaten austauscht, dass du mit ihr eine Nummer austauscht, damit ihr euch wiedersehen könnt. Weil wie schade ist das denn, wenn du in so einem Flow mit einer Person bist, die du so magst und dann, ja, jetzt, ich muss weiter. Okay, ja, wahrscheinlich kennengelernt zu haben. Ja, man sieht sich. Ja, tschüss. Wie oft das passiert und wie oft ich dann so verärgert auf mich selbst war, dass ich nicht ihre Nummer geholt habe oder Instagram oder irgendwas, hat mich an einen Punkt gebracht, dass ich gesagt habe, ich lasse das nicht mehr zu. Wenn sie mir wirklich gefällt und ich denke, das ist eine Geschichte, die jetzt noch viel weiter geschrieben werden sollte, dann sorge ich dafür, dass wir auch Kontaktdaten austauschen können, ja, insofern sie das möchte. Und natürlich ist das 100% ihre Kontrolle. Und deswegen mache ich mir dann auch keine Sorgen, wenn sie mir ihre Kontaktdaten nicht geben möchte, weil das liegt außerhalb meiner Kontrolle. So, ich habe nur die Verantwortung übernommen dafür, dass ich sage, hey, lass du mal Nummern austauschen. Du scheinst ein echt cooler Mensch zu sein. Das ist meine Verantwortung und da beginnt und da hört meine Verantwortung auf. Aber die, die habe ich und die hast du auch. Also nutze sie. Nutze diese Chancen und tauscht auch Kontaktdaten aus, wenn du schon so ein tolles Gespräch hast. Ja, Disclaimer. Nicht vergessen, ich will nämlich euer Bestes und ich weiß, dass das so ein typischer Punkt ist, bei dem dann doch alles flöten geht, weil du einfach nicht daran gedacht hast, Kontaktdaten auszutauschen. Okay. Wo waren wir? Sucht sie nach Gemeinsamkeiten. Genau. So. Kommen wir zum Signal Nummer 1, auf das du achten solltest, ob sie mit dir reden möchte. Und auch das wirst du erst im Gespräch sehen. Und wir könnten jetzt detaillierte Beispiele nennen, wie dieses Signal zu sehen und zu erkennen ist. Wie zum Beispiel, dass sie dir Fragen stellt. Ja, dass sie also Interesse an deiner Person zeigt. Klar, manche Menschen machen das. Manche Menschen sind so selbstbewusst und auch so sozial oder Tendenz extrovertiert, dass sie das einfach so machen. Aber viele machen das nicht. Und das kennst du vielleicht, weil die meisten von euch, die meisten unserer Zuhörer, Zuschauer, nicht jeder, aber viele, die schauen sich erst mal eine Situation von außen an und versuchen, alle Menschen in der Situation einzuschätzen, bevor sie dann das Wort ergreifen und etwas über sich selber teilen. Bevor du also etwas über dich erzählst oder Fragen stellst, schaust du dir erst mal an, was die anderen Personen so erzählen. Und wer hätte das gedacht? Die Art von Frau, die du gerne hast, ist oft auch diese Art von natürlicher, zurückhaltender Person. Die wird sich nicht so ins Zeug legen, dich kennenzulernen, indem sie dir ganz viele Fragen stellt. Das ist einfach nicht dieser Typ Frau. manche machen das, manche machen das, aber viele nicht. Und wenn du dann denkst, ja Mist, sie hat mir überhaupt keine Fragen gestellt, sie schaut immer wieder weg und ich sehe wirklich überhaupt kein Interesse dafür, dass sie mich mag, dann... Auch ihre Füße zeigen in eine andere Richtung. sie hat ihre Arme verschränkt. Genau. Ja, wenn du all das dann als Beweis dafür nimmst, dass sie kein Interesse hat, dann wirst du das Gespräch sehr schnell verlassen und wirst denken, sie mochte mich nicht. Und was wird sie dann vielleicht denken? Sie wird vielleicht denken, oh nein, jetzt habe ich es schon wieder verkackt bei einem Typen, den ich wirklich mochte. und er ist jetzt gegangen, weil ich wieder so komisch war. Mann, Stefanie, warum kannst du nicht einmal normal sein? Und dann dreht sie sich um und ärgert sich über sich selber und ist vielleicht richtig traurig und ihr zwei habt euch komplett fehlverstanden. Absolute Misskommunikation. Also das, mein Lieber, ist eine der unnötigsten Fehlerquellen, die wir ausschließen sollten, auch in einer Beziehung. Ich bin ja jetzt seit fast zehn Jahren mit einer Frau zusammen. Davor war ich vier Jahre mit einer Frau zusammen, zweieinhalb Jahre mit einer anderen Frau zusammen. Ich habe Beziehungen schon lange erlebt in meinem Beruf und an meiner eigenen Haut, in meiner eigenen Person. Die Fehlerquelle, die mich am meisten ärgert, schon immer, waren Missverständnisse. Weil das sind Streitigkeiten oder Probleme, die komplett unnötig sind. Wenn wir einer Meinung sind, aber wir haben es nicht hinbekommen, so zu kommunizieren, dass wir das erfahren haben, dann haben wir vielleicht eine vermeintliche Problematik oder einen vermeintlichen Streit wegen etwas, was gar nicht mal existiert. Wie dumm ist das denn? Das war für mich sehr früh in meinen Beziehungen schon ein No-Go. Ich habe gesagt, ich muss auf den Boden der Tatsachen kommen. Ich werde nachhaken, ich werde nachfragen. Ich muss herausfinden, ob das, was jetzt gerade als gegeben erscheint, auch wirklich gegeben ist oder nicht. Und wenn sie, dementsprechend, das habe ich dann auch gelernt, als ich dann angefangen habe, mich mit Frauen kennenlernen zu beschäftigen und Frauen ansprechen und flirten und Anziehung aufbauen, das ist dann die erste Fehlerquelle, die ich ausradiert habe, ist, okay, mag sie mich wirklich nicht oder ist gerade irgendwas anderes im Busch? Und was ich herausgefunden habe, ist genau das, dass Frauen auch nur Menschen sind, dass viele auch nur schüchtern sind, dass viele sich total ärgern, wenn das Gespräch vorbei ist und du eben nicht nach der Nummer gefragt hast. Ich habe eine Situation schon mal erwähnt im Podcast, eine der früheren Folgen. Es hat mir auch total die Augen geöffnet. Ich war im Gespräch mit einer Frau, da hatte ich ein Date mit ihr, das ist jetzt schon zehn Jahre her und ich war nervös und ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Und ich habe das Ganze erst mal auf sie geschoben. Ich habe da irgendwie flirtigerweise habe ich gedacht, ich werde das jetzt auf sie schieben und ich werde ihr den schwarzen Peter zuschieben und gesagt, bist du nervös? Du redest nicht so viel. Und was sie gesagt hat, hat mich schockiert. Sie hat gesagt, ja, klar. Wieso bist du denn nervös? Na ja, hat sie geantwortet, na ja, guck dich mal an. Ich konnte meinen Ohren nicht trauen. Was meinst du? Guck dich mal an. Ich habe zuerst erst mal gedacht, okay, will sie mich beleidigen oder was meint sie damit? Sie hat gesagt, sie ist mega gut aus. wow, sie meint, dass ich mega gut aussehe? Sie ist nervös gewesen, diese Frau, weil ich für sie anscheinend so einen hohen Stellenwert in ihrem aktuellen Leben hatte. Ich habe gedacht, wow, wer ist dieser Kerl? Er sieht so gut aus, dass er sich überhaupt mit mir abgibt, dass er Zeit mit mir verbringt. Und für mich war natürlich die Welt genau andersrum. Ich habe gedacht, wie kann diese gut aussehende, tolle, interessante Tänzerin sich für mich interessiert. Ich bin doch nicht gut genug. Und mein Lieber, diese Misskommunikation, die wollen wir einfach auflösen. Die ist unnötig. Deswegen, alle diese Signale, dass sie dir Fragen stellt, dass sie ganz involviert in das Gespräch ist. Selbst das Interessenssignal Nummer zwei, das wir heute genannt haben, dass sie Gemeinsamkeiten mit dir aufbaut, all das ist nichtig und untergeordnet unter diesem Signal Nummer eins. Und das ist, dass sie einfach nur da bleibt. Dass sie einfach mit dir redet. Oder, dass du mit ihr reden kannst. Und selbst, wenn sie nur einsilbige Antworten hat. Es ist was anderes. Es ist okay, wenn du sagst, ich brauche einen Gesprächspartner, der ein bisschen mehr engagiert ist. Das ist okay. Das ist dein gutes Recht. Und du musst nicht jeder Frau dann einräumen, dass sie nur einen schlechten Tag hat oder sowas. Und dann sagen, okay, ich sollte mich nochmal mit ihr treffen. Und dann nochmal mit ihr treffen. Und nochmal, und nochmal, und nochmal, und nochmal, und nochmal. Und zehn Chancen geben. Es ist völlig in Ordnung, wenn du sagst, wir passen einfach nicht zusammen. Aber bevor du an diesen Punkt kommst, dass du sagst, wir passen einfach nicht zusammen, finde heraus, wie ein moralischer Kompass aussieht. Stelle gezielte Filterfragen. Mein Lieber, geh in die Tiefe, geh in das Haus hinein, nutzt das Hausmodell, um in der Tiefe herauszufinden, ob denn wirklich da nicht etwas steckt, was du herzallerliebst hinreißend findest, was du auf einmal wahrnimmst und sie dann in einem ganz anderen Licht wahrnimmst. Wir alle kennen diese Momente. Wenn du mit jemandem redest und dann sagt sie irgendwas und du denkst dir, wow, auf einmal ist sie in meinem Ansehen noch mehr gestiegen. und das sind die Dinge, die wir finden dürfen in einem Gespräch mit dem Leitfaden in die Tiefe. Nicht einfach nur so per Zufall mal gucken, ob wir uns kennenlernen. Das Ganze braucht Zeit. Nein, das Ganze braucht nicht Zeit. Das denken nur Leute, die keine Ahnung haben, wie man Frauen kennenlernt. Und dementsprechend sind auch ihre Ergebnisse. Sie haben dann einfach keine Partnerin, die sie auf Dauer halten können. Und das sind super viele Männer, mit denen ich rede in der Charisma-Analyse. Die sagen, naja, wenn es dann läuft, dann läuft es doch. Ja, und warum läuft es dann heute nicht? Ja gut, ich war jetzt zehn Jahre mit ihr zusammen, aber dann hat sie sich von mir getrennt. Und warum hat sie das? Ja, gerade erst zuletzt wieder. Ja, der Funke war dann anscheinend ihrerseits nicht mehr da, aber ich verstehe es nicht, weil von meiner Seite aus war noch alles in Ordnung. Mein Lieber, wenn du nicht erkannt hast, dass der Funke nicht mehr da ist, dann war nicht alles in Ordnung. Dann hast du wahrscheinlich schon die letzten zwei Jahre verschwitzt eurer Beziehung, wo alles bergab ging. Und wenn du das verschwitzt hast, dann hast du wahrscheinlich auch am Anfang verschwitzt, wieso es denn so gut geklappt hat. Du hast gedacht, vermeintlicherweise, ja, wir verstehen uns so gut, aber nee, der Grund, warum es so geklappt hat, war, weil du nicht unabhängig warst und du hattest nur diese eine Wahl. Sie war die einzige Frau, die sich für dich wirklich interessiert hat und weil sie sehr gut aussah, hast du gesagt, okay, gut, ich tue jetzt alle meine Eier in einen Korb legen, weil ich habe ja keine andere Wahl. Und das ist keine Basis für eine gesunde Beziehung. Deswegen ist es so wichtig, dass wir in die Tiefe gehen, dass wir nachfragen, dass wir filtern, dass wir jemanden wirklich kennenlernen und auf den Prüfstand stellen, ob sie denn auch diese positiven Eigenschaften hat, die wir vermeintlich wahrnehmen. Und wenn sie sie nicht hat, dann müssen wir die auch adressieren können. Dann müssen wir auch sagen können, Moment mal, du hast was zu deiner Freundin gesagt? Und das soll deine beste Freundin sein? Und das finde ich ziemlich krass, ziemlich hart. Warum warst du denn so hart zu deiner Freundin? Also wenn das mein bester Kumpel mir sagen würde, dann hätten wir wahrscheinlich ein Problem. So, stell dir auf den Prüfstand, wenn dir irgendwas auffällt, was dir nicht koscher erscheint. Das ist wichtig. Das ist verdammt wichtig. Und abgesehen davon, dass es wichtig ist, ist es auch attraktiv. Also damit schlägst du zwei Fliegen mit einer Klappe, weil du damit zeigst, dass du eben nicht einer von den Männern bist, die einfach nur alles Mögliche akzeptieren, Hinz und Kunz, Hauptsache eine Frau. Sondern du hast Ansprüche und die darfst du verdammt mal auch haben. Das ist gut für dich. Nur so findest du auch die passende Partnerin, die richtige. Wenn du diese Ansprüche hast und auch artikulierst. So, das Interessenssignal, dass sie einfach nur da bleibt, ist das, hier ist das Ding, mein Lieber. Es ist das beste Interessenssignal, was wir dir geben können. Aber es ist nicht mal das Definitivste. Denn was ist, wenn sie einfach eine Kombination hat aus einem schlechten Tag, heute fühlt sie sich nicht selbstbewusst, im Gespräch weiß sie nicht, was sie sagen soll. Sie hat gerade schon zwei Situationen gehabt, in der sie irgendwie ihr Selbstbewusstsein angekratzt wurde. Keine Ahnung, sie wollte eine Beförderung, hat sie nicht bekommen. Die Kassiererin hat sie angeblökt und war einfach nicht freundlich. Und dann ist sie auch noch in eine Pfütze getreten und hat jetzt einen nassen Fuß. Was weiß ich, ganz normale menschliche Dinge, die so passieren können. Und dann redet sie mit dir und sie findet dich total toll. Aber ihr fällt nichts ein. Sie weiß nicht, was sie sagen soll. Sie kann nichts zur Unterhaltung wirklich beitragen. Und weil ihr das so peinlich ist, verabschiedet sie sich und geht. Also, dann hast du eine Situation, wo eine Frau dich so sehr mochte, dass sie gegangen ist. Hört sich unrealistisch an, oder? Oder hört sich an, wie oft soll das denn passieren? Naja. Oder auch verwirrend jetzt. Worauf soll ich denn nicht zum achten? Ja, genau. Aber, mein Lieber, hier wieder zurück zu genau dem Punkt, auf den ich immer wieder kommen will. Wenn du denkst, boah, wie oft soll das denn passieren, dass eine Frau das Gespräch beendet, obwohl sie mich mag, frag dich mal, wie oft du das gemacht hast. Wie oft hast du Gespräche mit Frauen beendet, die du eigentlich mochtest? Wie oft sind diese Gespräche im Sande verlaufen, obwohl du sie eigentlich mochtest? Merkst du was? Frauen und Männer sind nicht so verschieden, wie wir eigentlich glauben. Das ist das einfach. Es ist so verrückt, die, ich sage es ja oft, Männern so, während sie in den ersten Wochen im Coaching sind, du glaubst gar nicht, wie oft Frauen dir hinterher schauen, wenn du an ihnen vorbeigehst. Du glaubst gar nicht, wie oft Frauen hinter deinem Rücken positiv über dich reden. Du glaubst gar nicht, wie oft das Beide passiert. Und dann ist halt auch die Aussage so, das kann ich mir nicht vorstellen, kann nicht sein. Und dann im Laufe der Zeit so nach, nach zehn Wochen Coaching ist dann so, wenn wir über das gleiche Thema nochmal sprechen so, ja, stimmt, das passiert tatsächlich die ganze Zeit schon. Wo kommt das auf einmal her? Warum ist mir das vorher nicht aufgefallen? Weil du das nicht wolltest, weil das nicht in deine Realität gepasst hat. Das heißt, was wir auch mit dir machen, ist deine Realität so verändern, dass dir das auffällt. Du musst es nicht großartig kreieren aus dem Nichts, sondern das ist schon da. Und dann wird dir das noch mehr auffällen. Und worauf du noch mehr Energie oder Aufmerksamkeit lenkst, das wird halt sogar noch mehr. Und ja, also wie oft hast du schon Gespräche mit Frauen abgebrochen, weil weil du da gefühlt gegen eine Wand gelaufen bist und dann gesagt hast du, okay, ja, eigentlich mag ich sie, aber sie scheint nicht so gesprächig zu sein, deswegen gehe ich jetzt. Oder oder du hast du hast irgendwie einen schlechten Tag und dann hattest du da eine freundliche Kollegin oder irgendeine Mädel hat dich freundlich angesprochen, wollte irgendwas, keine Ahnung, situatives von dir und du hast dann auch gedacht, oh, ich würde jetzt gerne weiter mit dir sprechen, ich würde jetzt gerne noch ein weiteres Gespräch mit dir führen, aber ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich bin so in meinem Kopf, ich hatte heute einen schlechten Tag. Das nächste Mal, ich muss einfach einen besseren Tag haben. Wenn das das nächste Mal passiert, dann bin ich ganz spontan und ganz witzig und dann kann ich auch ohne Probleme das Gespräch weiterführen und so weiter. Genauso, genauso wie du denkst, genauso denkt sie auch. Und das heißt so, was ist denn jetzt nur das Signal? Soll ich jetzt nur darauf achten, wenn sie da bleibt, hundertprozentig, da mag sie mich, aber jetzt haben wir auch gerade gesagt, so wenn sie geht, dann ist das auch ein Zeichen dafür, dass sie mich mag. Das heißt, Andi, was ist es denn nun? Das einzige Signal, das es gibt, mein Lieber, ist das Signal, das du sehen kannst, wenn ihr zusammen einschlaft und sie sich an dich kuschelt. Dann kannst du dir sicher sein, dass sie dich mag. Okay? Alles davor sind Indizien und die sind nett. Die können uns einen kleinen Boost geben. Ein kleiner Boost, wie so ein Espresso-Shot. So, oh, ein bisschen Energie, toll, nett, aber du brauchst kein Espresso, um zu leben. Du brauchst kein Espresso, um zu funktionieren. Das würde dich auch zu einem sehr ungesunden Menschen machen, wenn du Espresso brauchst zum Leben. Ja? Darum, das ist der größte Appell, den wir machen können. Versuch nicht nach Interessenssignalen zu suchen, sondern arbeite an deinem Selbstbewusstsein, deinem Selbstwert und deinen Fähigkeiten zu flirten mit jeder Zeit, mit jedem Menschen, mit jeder Frau. Dann, dann kannst du dir das Leben erschaffen, das du wirklich haben willst. nicht, wenn du passiv versuchst, erstmal immer die perfekteste Situation zu analysieren und nur dann zu nutzen, weil, was passieren wird, ist, selbst wenn du dann die perfekte Situation, wo alle, alle Faktoren für dich sprechen, sie ist alleine, sie winkt dir zu und sagt, hey, komm her, ich liebe dich, was auch immer, sie sieht super toll aus, du weißt schon, dass sie eine tolle Familie hat, dass sie tolle Werte hat, dass sie Kinder haben möchte oder dass sie grundsätzlich gerne eine Beziehung möchte, keine One-Night-Stands, was weiß ich, all diese Punkte, die weißt du einfach und du, du hast die perfekte Situation. Die Chancen, dass diese Situation grundsätzlich erstmal existiert, ist gegen Null. Punkt eins. Punkt zwei, dass du dann in dieser Situation auch von vorne bis hinten richtig handeln kannst, ist exakt Null. Du wirst entlang dieses Weges nämlich irgendwo einen Fehler machen und wenn dein Selbstbewusstsein von äußeren Faktoren abhängig ist, von all diesen Checkboxen, die unbedingt zutreffen müssen, von diesem Perfektionismus, dann wirst du von der geringsten Kleinigkeit aus dem Konzept geworfen und du wirst dich wieder mega unselbstbewusst fühlen. Und das wird einfach nichts bringen. Das Kern Selbstbewusstsein, das du aufbauen kannst, in dem du mehr Erfahrungen sammelst, in dem du diese Philosophie lebst, in dem du versuchst, für andere ein Geschenk zu sein, in dem du auch einfach nur versuchst, Menschen und Frauen besser zu verstehen, dass du nicht so ein Freak bist, wie du es vielleicht gedacht hast. Ich weiß, ich habe das gedacht, ich wurde in der Schule gewählt. Unter über 100 anderen Mitschülern haben sie mir im Abiturjahrbuch, im Abiturjahrbuch, also Matura für die Österreicher, wurde ich gewählt als Mr. Freak und Mr. Psycho von allen, Platz 1 in so einem Voting. Also das hat mir bestimmt nicht das Selbstbewusstsein gegeben, das ich damals gebraucht habe, aber welche andere Wahl haben wir? Kopf in den Sand stecken? Für mich absolut inakzeptabel und ich hoffe für dich auch. Völlig inakzeptabel. Du bist besser als das. Du bist mehr wert als das. Von dir wird mehr erwartet als das. Und du wärst ein ganz schöner, mieser Freund, wenn du deinem zukünftigen Du dieses Glück verwehren würdest. Du sagen würdest, tut mir leid, mein zukünftiger, in meinem Fall jetzt, mein zukünftiger Andi, ich werde keinen Finger rühren. Ich werde nicht an meinem Mut, an meinem Selbstbewusstsein arbeiten, an meinen Fähigkeiten, auf andere zuzugehen, an meinen Flirtfähigkeiten. Ich werde keinen Finger rühren. Ich erwarte, dass das alles mir in den Schoß fällt. Und ich hoffe, dass es einfach irgendwie klappt. Dann bist du ein sehr, sehr schlechter Freund zu deinem eigenen Ich. Und das darf ja wohl nicht wahr sein, oder? Nee. Da haben wir was Besseres vor. Da wollen wir eine höhere Form der Selbstliebe an den Tag legen. Habe ich nicht recht. Und das ist unsere Pflicht, mein Lieber. Zur besten Version von uns selber zu werden. und in dieser Reise für andere ein Geschenk zu sein, für andere eine Inspiration zu sein und für andere das Beispiel an den Tag zu legen, von dem sie etwas lernen können, von dem sie profitieren können, durch das ihr Leben besser wird. Frauen, Männer, deinen eigenen Nachkommen, jeder. Jeder profitiert davon, wenn du an deiner Persönlichkeit arbeitest, wenn du flirten lernst, wenn du in deinem Selbstbewusstsein arbeitest, wenn du ein Coaching wahrnimmst, wie bei uns in der Flirt Masterclass, wenn du in die Flirt Typ und Charisma Analyse kommst und dir dort zunächst mal einfach nur dieses Gespräch anschaust, wie du zu diesem Mann werden kannst, der du in zehn Jahren gerne wärst. Das sind alles so mächtige Instrumente, mein Lieber. Und die Teilnehmer bei uns, die das verstanden haben, dass es für sie nichts ist, vor dem sie sich schämen müssen, dass sie ein Coaching machen, sondern im Gegenteil, die das mit stolzer Brust auch anderen erzählen, die der Frau, die sie kennenlernen, das erzählen, so wie der Jan, der Jan, der das gemacht hat, der die Frau kennengelernt hat und von Anfang an gesagt hat, ich mache übrigens gerade ein Flirt-Coaching, das lerne ich gerade und das ist noch nicht vorbei, der hat sie ja kennengelernt in Woche sechs und hat dann die restlichen Wochen auch noch absolviert, weil er eben wollte, dass er dieses Ziel für sein zukünftiges Ich erreichen kann, weil er sich selber das wert ist. Das sind auch Männer, die das ihren Eltern erzählen, so wie der Giacomo, der das seinen Eltern immer erzählt hat und auch viele andere Teilnehmer bei uns, die das einfach mit stolzer Brust vor sich tragen, das sind diejenigen, die auch massive Fortschritte machen. Da ist alles, da ist alles konkurrent. Weißt du, wir sind dann einfach synchron, darüber haben wir auch schon gesprochen. Die Synchronität zwischen deinen Worten, deinen Taten und deinen Gedanken, wenn die 100% ergibt, dann bist du selbstbewusst in jeder Situation, weil du wortwörtlich deiner selbstbewusst bist, deinen Gedanken, deinen Worten und deinen Taten gegenüber. Und die Männer, die das nicht sind, die also etwas anderes sein wollen, also die so tun, als ob sie super, super souverän wären, aber innerlich sich fühlen, als wären sie überhaupt nicht wert, das merkt die Frau. Das merkt die Frau. Und dann ist die Frage, okay, warum macht er das? Macht er das, weil er einfach nur unsicher ist oder macht er das, weil er was bei mir erreichen will? Wenn er einfach nur unsicher ist, dann ist es die normalste Sache der Welt. Das sind wir alle manchmal. Keiner von uns verhält sich ständig synchron. Keiner. Das ist ganz normal. Ganz normal, dass du schlechte Tage hast, dass du einfach nicht perfekt in deiner Mitte bist. Ganz normal, dass solche Sachen passieren bei dir und bei Frauen. Aber die Frage ist, warum? Machst du das, um etwas zu erreichen, um sie von dir zu überzeugen, damit du eine positive Reaktion von ihr bekommst, damit dein Selbstwert von ihr abhängig ist? Oder traust du dich gerade in eine Gegend, in die du normalerweise nicht gehen würdest, weil sie dir Angst macht, aber du tust es trotzdem. Wie zum Beispiel, dass du die Frau, die da am Gemüseregal gerade steht und sich was aussucht, dass du mit ihr redest und dann bist du nervös und das wird sie auch merken, aber sie wird merken, dass du auf deiner Reise bist, dass du gerade einfach nur Positivität zu schenken hast, dass du einfach nur Hallo sagen wolltest, dass du von ihrer Ausstrahlung begeistert warst und du keinen Plan hast, was jetzt als nächstes im Gespräch passieren wird. Du weißt nicht, was du jetzt sagen wirst, du weißt nicht, was du fragen wirst, du weißt nicht, was passieren wird, aber du machst es trotzdem, weil du daran glaubst, dass dieser Weg der richtige ist, an sich zu arbeiten und anderen ein Geschenk zu sein. Und weil du daran glaubst, bist du vielleicht nervös, aber du bist verdammt sympathisch und unabhängig. Und das ist eine tolle Kombination, von der wollen viele was abhaben. Geh auf www.flirtanalyse.de für deine eigene kostenlose Flirt-Typ- und Charisma-Analyse und hör dir gerne die weiteren Podcast-Folgen an, von denen wir jetzt heute gesprochen haben. Es tut mir leid, dass ich nicht alle im Kopf habe, gerade welche Titel sind, aber anhand der Titel kannst du sehr schnell erkennen, was dort die Inhalte sind. Den Link dazu, den kann ich dir geben, der ist hier oben, falls du auf YouTube bist beziehungsweise wenn du auf unserer Plattform bist, dann scroll einfach runter. So, wir freuen uns über eine schöne Bewertung. Wir freuen uns, wenn ihr glücklich seid und einen schönen neuen Jahresbeginn genießt und hoffentlich bald mit der richtigen an deiner Seite. Wenn du nicht weißt, wie du das schaffen sollst oder kannst oder ob du das schaffen kannst, dann sprich mit uns www.flirtanalyse.de Wir helfen dir sehr gerne dabei, machen das seit über 10 Jahren sehr erfolgreich, wie du auf unseren Seiten auch alle sehen kannst und hinter mir auch diese ganzen glücklichen Männer, die bei uns im Coaching waren mit ihren Freundinnen und Partnerinnen. Da will ich dich auch hinhängen als Foto, mein Lieber. Also, freue mich drauf und wie immer, fahr vorsichtig. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.